60 Kann nicht sein, Alter 92 112 Oben dort Hier drängt Ulti eh nicht, da kommen, glaub ich, ne? 57er Shieldbreaker, bin einer vorne, rechts Ja, ich auch Ja, Kauen, Finale, Finale Wo sind, wo sind Ach da Nehmen wir uns, oh Da hinten landet einer, oder? Ich glaub, der Land hat welche Ja, ich hab einen Landen hören Ja, direkt hier vorne Oh, jetzt mein Ulti? Ja Oh, fuck Kompletter Verjagen, Alter, mit zwei Ultis Auf welchen? Ping nochmal? Ne, Ping Ne, ich, ich, ich seh keinen Ich hab keine Zeit auf keinen Das mein ich Ich seh die gar nicht Ich hab nur den in den Blanken gesehen Da drüben Da drüben Oh, der wirkt Angst, dass der wassert Ich glaub, einer ist noch hier, ja Direkt links von uns Hier Hier Ich hab ne Kuppel 60 Ding nochmal? Der, 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 der Dings, der heilt, der heilt Der heilt, ja, ja Läuft, läuft, läuft Das ist ein Tunnel abgehauen Ich hab auch keinen Schaden gemacht, glaub ich Sollen wir Zone gehen, 30 Sekunden 72 auf den drüben Drehen da Also, weiter rechts Was sind die denn? Der war gerade hier drin Ok, ja komm lass mal Zone gehen Die hauen wahrscheinlich auch gerade ab Warte, ich tausch kurz Schilde Mit dem Cap Package Schilde Und da ist noch irgendwas Goldenes drin, ne? Ja, komm ich nehm das Sniper Scope Ob hier bis 8 oder 4 bis 10 mit Mit Vision, dann lieber 4 bis 10 Das stimmt Und das hab ich schonmal meinen ersten Schaden mal gemacht Ich hab die ganze Zeit auch, wenn ich gecheckt wo die sind Und dann immer wenn ich genau gecheckt hab, sind die abgehauen wie wie sonst was Ich scanne mal kurz so ein bisschen mit dem Visier Mhm Ja Da oben schon Hier oben und ganz oben, ne? Der kommt rüber Der eine Ich geh hinter und der andere ist da oben Dein hinter, ne? Ja, ich mein auch Ja, ja 100% Unten? Fuck Wo kann ich sein? Wir müssen halt auch auf unseren Rücken aufpassen, ne? Da können welche aus dem Tunnel in uns rein rotieren Und train Nein Guck mal, da piekt die Hurensöhne Ich kann auch mehr mal kurz... Ich hab zu wenig Zellen, alter Ich hab 80 gar nicht gegeben Ja, korrekt Ja, korrekt Dann lade ich das auf Manchmal kurz Ulti, dann kann ich die auch mal bisschen aufladen Ja Die liegs dann Liegen welche hinter dir? Da oben drauf, ne? Ach komm, alter Die versuchen zu laufen, die versuchen zu laufen Ne, glaub ich nicht Sind beide Mal, immer ein 48 Mal Ich hab krass kein Sniper-Ammo mehr, nur noch zwei Schuss Ich probier mal ganz kurz ein bisschen mehr zu geben Ich hab, ich hab, äh Ich hab Kran für dich Äh, Sniper-Ammo Perfekt Schau mal ein bisschen I open up the sky Danke dir Hast du Hits? Keine Treffer, nope Die sind aber immer noch da hinten Da hinten, oben, ist einer Sieh halt nur so manchmal rausflimmern Unten links, unten links Ja, hab ich auch gesehen Komm, komm, peak, peak, du Bastard Einer oben, oben, oben Ja Peak doch bitte Einer, okay Hauen die ab Ich repossession nochmal ein bisschen Peak nochmal, peak nochmal, peak nochmal Peak nochmal Alter, kann nicht sein, alter 92 Schön Schön, schön, Alter Ich bring glaub ich hin und her, um ins Muni-Let zu machen, oder? Jaja Ich überleg gerade, Moment, ich muss mal kurz pingen Ja, ich schmeiß jetzt gleich einfach meine Ulti zu denen, ja? Ja Mach jetzt einfach, komm Dann lass auch näher ran, komm mal ein Stück mit Ja Komm, komm mal schnell Okay Weil die werden sich 100 pro bewegen müssen, können dann ja nur in die eine Richtung Soll ich eine Kuppel machen, solange? Hier das Auto? Ne, 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 lass Die machen eine Zippy Oh, sie werden zu uns Jawohl Hits? Gute Hits, oder was? Äh, jajajaja Push, push, push Der eine ist hier hinter Oh, f**k Danke Wer kommt glaub ich? Links, links, links Up, einen down Jawohl Schön, schön, schön Sehr nice Oh, f**k mein Ding Nur zwei Spots, also was schnell healen Oh, die Falle Oh, da hinten, da hinten Hier unten sind direkt welche Und die, die snipen auf den anderen Okay 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 Der ist schon gefisst Der andere snippert mit Sentinel Mit, uh, Sentinels 63 auf den Der wäre noch eine Sentinel 112 Und hier unten sind aber auch welche, ne? Die wurden gerade von denen besniperrt Den habe ich nur auf uns zulaufen sehen Und dann haben die uns entdeckt, die Wichser Einer ist wieder hier hinter Ja, der unten schießt jetzt hier auf uns, der Wichser Warum schießt er auf uns, Alter? Weißt du da wo, den Nummer? Hier drin Ah, ok, ja Wir müssen uns bewegen, wir müssen uns bewegen Wir müssen uns bewegen, wir müssen uns bewegen Oben dort Oh, wir müssen trotzdem hier rein, oder? Oh, wir müssen trotzdem hier rein, oder? Ah, oder einfach dahinter, ne? Stimmt schon. Die kommen gerade. Die sind noch hier drin, die sind hier drin, die sind hier drin. Sind wir unten drunter? Ja. Dann kann ich ganz unten drunter. Lass mal vielleicht... Ich gehe erstmal hinter den Steinen hier. Hier können wir gar nicht zu Ende rotieren. Ne, ne, lass schon weitläufig gucken. Die sind über uns, oder? Ja, dann lassen wir hier rumgehen. Ne, wir müssen gleich Richtung Zone. Achso, okay, ja, okay, ja, okay. Wenn jemand schießt, ich werfe ein Schild, ja. Wenn wir was drin haben. Also hier durch. Vielleicht locken wir jetzt die anderen beiden gegeneinander, weil die schießen zumindest. Ja, ja, ja. Wir kommen näher. Moment, Vorsicht, jetzt laufen wir gerade. Ja, doch, lass hier sein. Ja, da oben. Da oben sind die. Ja, haben wir uns auch gesehen. Er bringt Ulti eh nichts, leider. Er hat seine Ulti hinter uns geschmissen, Vorsicht. Granate, Granate. Die ist jemand da oben, ne? 41. Wir müssen dich jetzt bewegen, wir müssen dich jetzt bewegen. Ich smoke, ich smoke die. Ja, wir müssen das hier nehmen. Da sind halt die hier. Da sind halt die anderen drin, ne? Da sind die. Da war noch einer. Ist das Fenster offen oder ist das eine Scheibe? Keine Ahnung. Sieht offen aus. Scheiße. Da läuft sogar einer die ganze Zeit vorbei. Wir sind jetzt genau im Sandwatch, ne? Ja. Wir machen jetzt gleich eine Kuppel, sobald die Zone gut ist, oder die man zu eng kommt. Die sind immer noch da oben. Okay, das Fenster ist jetzt sicher. Die anderen sind halt hier drin. Oh, die sind gerade gepusht da hin. Da ist gerade einer reingesprungen. Vorsicht, Vorsicht. Ich höre Gift, ich höre Gift. Ja, ja, die sind da drin, die sind da drin. Fuck. Ist das auch Gift? Ja, ja, ja. Ich kann nicht mehr wegmachen. Wir müssen warten, bis einer gedownet ist. Hier oben drauf, hier oben drauf bei mir. Hier oben. Fuck, schild's weg, hier oben ist der. 2.32, 64 insgesamt dann. Ich habe Peek, deiner. Ich treffe nur dich. Moment, ich hole die da runter. Ich bring's halt auf, nix mehr eine Ulti zu werfen, oder? Doch. Doch. Ich mach mal doppelt. Auf jeden Fall runter. Jetzt halt die Frage, wohin mit uns, ne? 50 Sekunden, lass mal gucken, ob wir zu denen rein können. Ich habe Hits. Die sind hier direkt. Keine Hits. 96, Shieldbreak. Einer, einer fasst da. Auffassen, dass die hier nicht von außen kommen, ne? Die machen Gasfallen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. 93. Hier haben wir Zone, hier haben wir Zone. Ich muss. Gas tickt schon, ne? Ja, tickt. Das heißt, hier ist pushen. Wir müssen halt aufs Gas warten, ne? Na ja. Gas warten, da müssen wir rein. Das muss jetzt mal weg sein. Komm, Jungs. Ich mach da eigentlich eine Kuppel irgendwo, ne? Nur, dass wir so ein bisschen taktischer nutzen können. Ja. Oder? Oder lieber nicht? Ja, lass jetzt mal reingucken. Vielleicht komm, ich mach mal eine Kuppel hier. Aber dass die anderen Teams vielleicht auch gegen andere kämpfen. Da ist er, da ist er. Direkt hier, direkt hier draußen. Kommt hinten rum. Er ist dein Satz. Bei mir, bei mir? Ja. Ich werde dir die Hauptlinie auf der Fronten geben. Du hast diesen einen verloren. Zwei, packst du eine. Einer down, einer down. Packst du, ich wollte den Schild einfach mal drauf. Jawohl. Vorsicht, Vorsicht. Du stirbst im Gas und im Ring. Ja, ich sterbe. Halt mich zurück, halt ruhig zurück, halt ruhig zurück. Oder, genau. Oder diesen. Pass auf, dass der nicht auch wie weit macht, ne? Nein, der macht. Jawohl. Schönes Ding da, Jungs. Sehr nice. Das war der Kill Leader. Oh, Junge, das war aber gerade richtig anstrengend, einfach das Finale. Ja, aber ich fand's nice. Auch eine spannende Zone im End, im Unranked. You are the Apex Champions. Und Sentinel ist einfach so eklig, ne? Ist so nice. Ich glaube, du hast richtig Schaden gemacht. Ja, aber ich würde sagen, richtig verdient, Digga. Richtig schön. Wir hatten auf jeden Fall Glück, als wir Pathy und Caustic gepusht haben, weil die hatten uns fast, also hatten mich fast, dann hätten die halt 2 gegen 1 gehabt. Aber es war auch wirklich gut von uns, erst zu repositionen und die dann zu zwingen, aus der gesamten Ecke da wegzumüssen, bevor er die Ulti von deinem geläutet hat. Jawohl. Hupft ihr der Shield-Backup in einen vorne, rechts? Ja, ich auch. Ja, down. Finale, Finale. Einer down, einer down. Jawohl. Einer down. So, jetzt sto harekt. Bis zum nächsten Mal.